So. Was, 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 was? Halt, Stopp! Jetzt lass mal gut sein hier! Es gibt keine Dunkelheit, Keine Trieße, lege weiter und breit, Keinen Blick nach keiner Furcht, Denn wir alle sind stets bereit. Ich weiß gar nichts über dich, Ich weiß gar nichts über mich, Ich versteh nicht selber nicht, Meine Welt hat kein Gesicht, Mach ich meine Augen auf, Nur das Unheil seiner Lauf, Und zähl ich alles mit, Mit die tiefe Dunkelheit! Ja, für den Decks, Rau, er klaut. Klaut, meine Nacht, er brennt! Es gibt so viele Spiele, so viele Genres zu entdecken, jeder Tag ein Abenteuer, ob nun RPG-Maker-Spiele bei TMG oder ob diversen Romics bei E-M-E-R-O, Klassiker bei Haze oder Top-Aktuelles bei Blackhand und Co. Es gibt noch so viele Hände, keiner geht, es gibt viel voran, verschiedenste Emotionen erleben wir hier spät zusammen, wär ja auch schlimm, wär's nicht so wär, den Mut, Trauer, Erleichterung, Freude und Dufel, Erregung, Zufall, viel Erlebnisse ist anders, nichts identisch, denn jeder Tag ist an der Fall, 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 ist an der Fall. Was ist hier nur los? Was ist hier nur los? Oh, oh, ein Sing, ein Herzteil, ich muss beides haben. Hallo, 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 der M-E-R-O hier. Okay, Leute, da gibt es die B-W-E-R-O, Schütze, da. Oh, Digimon World, du rottet auf Sinfonia, an diese Jahrzehnte, Schott oder Mafia, die Ausfall groß, was ist denn los? Glaubt mir, da gibt es für jeden etwas, was mir vielleicht liegt, das könnte doch sein, was mir gefällt, das könnte doch sein. Gibt dem eine Chance, gibt uns eine Chance, zu zeigen, was man damit alles bewirken kann. Das ist das Leiter wert, setzt mich hin, doch man trägt es dir im Sturmbeweg. Mach dir einen Tee, du hörst alles weg. Was ist das, ist das, das ist gut für dich, Vitamine und so, und Eiweiß, das macht dein Kopf, hey! Alter, das klingt aus wie ein Pokémon, ich kann kein Pokémon essen, Mann, ich mag Pokémon, ich bin Pokémon total süß, Alter, das klingt nicht aus wie ein Pokémon, ich kann das nicht essen. Mann, das geht nicht, mein Pokémon ist süß, Alter, das geht nicht. Okay, genug davon, das reicht jetzt, genug davon, ich denke, jetzt hat es echt jeder kapiert, was Harre ist, was immer war, und niemand wird hier strangoliert. Es war kein Anspiel, und bloß kein Anspiel, und wie kommen wir darauf, das wäre wirklich schlecht, ich mein, wo kämen wir dahin, ich sag doch noch nicht, dass ich steh, mir will, die Blase brechst. Klare Kiste. Hier ist ein Fall, ich change, verändere Grund, keine Frage, damit mein ich bloß den Text, ein Themawechsel, wie man so oft schon gesehen hat, ein Abschied, tschüss Text, dann komm mir die drei. So schlimm ist das doch auch gar nicht, denn ich hab schon eine Rechteidee, so manch einer hat sich und merkt, dass es in diesem Song neuen Sektor was gibt. Das ist nun mein Ziel, man eine neue Pflicht, soll ich einfach starten oder doch wieder nicht. Ich trete neue Seelen, wo wir wissen, wer sie sind, ich mein, das sei grad total ernst für der Pflicht. Wo ist es echt, ist es denn so recht, ich wünsche die Frage nicht. Malach! Eika, Dramma oder Tschin, je nachdem, ist nun auch dabei, Oli, Eje, Faute, Uli, Emi, Ne! Rinn die Dut, vonziehen viele Leute ihre Mut, Rinn die Tasse, Sachen und Rinn die Tasse, Schmaba, gibt es hier, ja, für euch! Hermanns Mut und Geschrei, gibt's beinahe nur einerlei, Er tut seine Meinung, kommt niemals auf den Hund, niemand verbietet ihm den Mund. Es freut mich sehr mit, dabei ist Sakura, sie singt für uns, für euch geflimmt, die Melodie so sternklar, wenn man nicht fühlt, das ist Agonius, steh ich dann rum, wie er kein sich dann muss. Gehankt auf aller Sui, klickt bei I mal rein, das muss sein, der Herr Mut, aber es schreckt sich dennoch äußerst fein. Was ist los? Ist das schon der Chef? Hm? Äh, nein, ich mach bloß noch kurze Pause. Pause gibt's hier nicht, du hast uns doch gar nicht alle genannt. Ja, aber ich werd doch wohl mal kurz durchatmen dürfen. Tja, soll mir das Lied nie fertig werden. Bitte? Wenn du's so willst, siehst du selbst, was dabei rauskommt, wenn ich gehetzt werde. Bling, 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 he looks like bling, Stoop, bling, 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 I write a thing, bling, 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 he looks like bling, I just want me to look like bling, Ich rufe Gitarren, Solo, unser Gogi ist am Start und geht richtig ab. Volles Garten in die Lüfte und ab in die Wall of Death, stets auf Trap. Hallo Dan, du Icke, haufe, breckiger, ich mach dich so, das war zu, doch ich brauch's hier ne Verzerr. Ich freu mich, dass er dabei ist und mit singt, ganz egal wie's auch geht. Oh, Song Request. Sound Request hat er geschnitten. Ah, Mann, scheiße. Und außen ist der, 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 der kommende Ausruhezeichen, Hier haben uns leid, der in die Walle, ich brauch's hier dringend erst mal. Oh, du spielst, von jemanden, der auf dir singt. Da hast du auch viel Freude und ab. Dass du auch f które aus dem Dator sind. Und das ist so klar, der Hulk ist verstört. Das ist so klar, dass die Welt so richtig arginten Aber es ist so klar, der Herr Schicht put. Ich mach wieder das ganze mal ein bisschen leiser jetzt. Wenn ich auch jetzt mal wieder ein bisschen reden kann, dann mach ich gleich die Songrequests an, wenn das YouTube vorbei ist. Weil jetzt wieder was geeditet hat. Ich hab einmal lau, äh, äh, hellgrau roll, hab ich. Das war's aber auch schon. Und, äh, Tommy, was das nüt ist, das ist von Sushumaru, ähm, ist einer der ersten Letzplayer. Und ich weiß, manche meinen, er kann nicht so unheimlich gut singen. Ich find, es ist immer noch erträglicher als vieles andere, was auf YouTube herumschwirrt. Und, ähm, ich mag einfach halt, ich find's einfach halt gut, was er halt in dem... Am Anfang hast du, was haben wir da gehört, was er so sagt, über, über, was hat Spain an sich das halt... Äh, es war ja 2011 schon, wo das sie drauf kam, halt schon so ziemlich schlimm. Weil dieses ganze Sub-for-Sub, Abo-for-Abo, ähm, und dieses ganze Werbung machen für sich, das ist ja jetzt nur noch wirklich sehr viel krasser geworden, weil... Inzwischen ist es ja so halt, dass du wirklich Geld verdienen kannst damit, und... Ich bin ja ein Lesbier und streamer da in Schule, und deswegen mag ich das jetzt halt besonders gerne. Und daher... Ich bin ja mal kurz die Wolle, ne? Ja. Das wird. Und spielen. Das ist ein Bild, was du hier aufgehängt hast. Hier ist Gold. Wo machst du denn das her? Das ist Gold. Das ist einfach nur ein Gold-Lumpen. Ach so. Das passt eigentlich so ein bisschen zur Kirche. So. Was war das? Stopp. Und dann schalte ich mal eben kurz die Sonnenquests ein. Oh Gott. Da muss aber noch einiges abgearbeitet werden vorher. Da ist nämlich noch ein Haufen weißer Alter kam drin. Wo ist da? Da sind mindestens erst noch 15 Lieder oder so drin. Da kommt eben Sebastian Karten im Harz von von... 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 äh... Nürnmann. Von daher. So. Na dann. Dann müssen wir jetzt zurück. Ach ja, du musst du übrigens eine Kräche bauen. Das sieht ja auch gar nicht so schlecht aus. Ich finde, das Dach braucht zumindest ein Lungen. Wenn sich da irgendwann mal Johann finden sollte, wenn er da helfen kann, ein vernünftiges Dach draufzusetzen, dann kann ich danke auch hier. Na, er ist denn besser als die Lächer von mir. Und da gehen wir nach Dauern, da ist Tommy, äh, der Floor hat mir jetzt nicht da. Weil ich sagen muss, dass ich selber, ähm, ich wäre halt selber wirklich sehr, sehr wenig normale Lieder, auch vor allem gesühne Lieder, und jetzt finde ich sein Gesangbuch also den Filterabdick geschlagen, das würde ich jetzt eigentlich nicht so. Ähm, was würde ich jetzt sagen? Äh, irgendwas. Ich habe schon gedacht, ich höre kaum gesungene Sachen, deswegen finde ich sein Gesang gar nicht mal so schlecht. Es sind andere vielleicht anders, aber... weil das halt, das, die ist halt bei dem Lied halt der Text wichtig für mich. Und nicht, ob die, ob die da gut singen können oder nicht. Das ist mir relativ gröle. Von daher. Es schade, dass es für Mobot kein, kein Plan gibt, was ganz nichts, was gerade für eine Musik spielt. Das wird mir das nicht mehr. Ich muss nämlich noch bei, äh, UDS, UDS schalten. U-schalten, wie auch immer. Wir sehen auch noch, irgendjemand da kommt jetzt. Im Zweifels hier, aber eine Rutschmucker. Ich habe übrigens noch den Weg in den Muppert zu kommen. Ähm, warte, das ist Twitch, also ohne H2P und so weiter. Geweil. Punkt, M, Doppel, O, Bot, Punkt, V, Slash, Plaincube. Und du weißt ja, wie ich verschiedene alle, äh, äh, fähigen können zusammen. Und der, die eigentlich den Mobot dann zeigen. Und da ich dich auch als, äh, als Ding ist eingetragen habe, als, als, ähm, Editor, müsstest du den eigentlich auch steuern können. Okay, zumindest erstmal. und da kannst du auch direkt oder? kann man nicht direkt hinzufügen, es geht ja nur bei einem Nightbot. Aber der Nightbot da spielt der gerne mal rum der Pflege. Ich weiß ja, der MoBot spielt auch gerne mal rum. Alle Bots spielen gerne mal rum. Also, äh, ich habe ja beide installiert. Obwohl der Nightbot ist. Ja, aber ich habe beide, installiert ja dann würde ich sagen noch nicht genug Wasser, Rille so macht das ganze halt so ach das ist jetzt von dir das macht er jetzt voll da das habe ich gar nicht die Wolle gegeben, ach scheiße muss ich noch machen so so So, das ist noch noch ganz schön, ganz schön ein Stater, ja. Ich glaube, ich habe das bekommen.